. Hier ist wirklich echt niemand in der Stadt. Nirgendwo. I am unbelievably sorry, Your Highest of Highnesses. Now tell me your name or I won't tell you how to get over that gate. I'm Nora. Nora Rosendahl, I guess. Nice to meet you. Queen Nora from a different place. I am Brent. Your only subject at your service. There's a control room above the gate there. You have to cross the beach and some buildings behind it to reach it. Alright. Um, there's something else, Nora. What is it? I, uh, I used to live here, you know. Before the war. When Atlas came and Takovic was evacuated, I was wounded and treated in the city center hospital. I was, um, left behind. Oh, Brent, I'm so sorry. You don't need to be. I just, um, I was hoping that you would take something with you. To the sea. Of course, anything. Is it far off my trail? Oh, no, no, no. It's, it's on the way. Just look for a blue apartment. The green house on the roof. It's the only one in this area. Alright. I'll keep an eye out. Okay. So, do you want something from the house where you lived? Machen wir doch gerne, denn schließlich hilft er uns ja. Haben die das Teil wieder gesehen? Dieses riesige, keine Ahnung, bunste. Was dann lang lief. Weird. So, blaues Wohnhaus. Oh, so. Das wollen wir da auch noch. Okay. What? So. He's the main thing. Is that the home too? He's a new house. Spiegel gespeichert. Ah. Was ist links von hier? I've just entered that big building behind the beach. Is this the right way? Wow. Okay, weißt du was? Wir speichern gerade wieder. Wir haben die besiegt. Von daher. Okay. Wieso hat er jetzt nicht geantwortet? Wow, ich hätte wieder eine andere Waffe nehmen können. Hätte ich das doch vorher gesehen. Okay. Stopp. Oh Gott, diese Dinger. Sind so schrecklich. Halt. Oh Gott. Ah, das ist die Tür. Hier. Ist noch einer hier oder? Macht der das Geräusch? Müssen wir hoch oder runter? Das sind ja Spots. Kennt ihr die? Das ist so ein Roboterhund. Der heißt Spot. So sehen die etwa aus. Ich glaube wir müssen hier lang. Da würde ich erstmal kurz unten schauen gehen. Was da so. Spannendes ist. Oh Gott. Ne, 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 ne. Von wo kommt ihr alle immer wieder? Ich habe da oben alles erledigt. Und trotzdem kommen irgendwelche. Irgendwelche Maschinen. Von hinten hier. Logisch ist es theoretisch nicht. Aber gut. Ich meine, was ist hier schon logisch. Was ist für eine Munition? 31 Schuss. Okay. Was ist für eine Munition? Oh Gott. Ich dachte gerade das Licht. Die werden noch ein Vieh. ist hier. Ich bin der. Lass es sein. Feindlicher Kontakt Sehr geehrter Herr van Ionason Gestern haben mich die Nachrichten erreicht, dass 10 km nördlich von Hakkavik mehr von diesen feindlichen gesinnten Stahlmenschen gesichtet wurden. Waldarbeiter waren gerade am frühen Abend auf dem Heimweg, als sie 3-4 dieser Dinger sahen. Später am Abend berichteten Zeugen von einem blauen Licht im Wald, konnten aber keine genauen Angaben machen. Bis jetzt fällt jede Spur von den Waldarbeitern. Das ist nun der vierte Fall innerhalb einer Woche. Ich möchte das geklärt haben. Vielleicht ist Webelstadt verantwortlich und führt uns an der Nase herum. Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Mit besten Grüßen, Eugene Carson, Verteidigungsminister. Was könnte das blaue Licht bedeuten? Was könnte das aus der Nase? Das war's. Was? Weer? Lebt er noch? Nein, er ist tot. Das sind noch Hunde. Drei mindestens. Gut, dass sie nicht verstehen, dass wir hier drin sind. Ich weiß nicht, was die machen können. Aber lieber so, als da in die Falle zu laufen. Oh shit, wäre das TNT gewesen. Oh, sag mir doch das jemand. Ich glaube, wenn ich das hierhin war noch was. Da drüben. Oh Gott, das bin ich. Okay. Ich bin ja taktisch schlau und deshalb brauche ich diese Heilungsdinger doch nicht so oft. Oh shit. Gut zu früh gesprochen, wahrscheinlich. Kommt wer rüber? Hallo? Gut, danke. Nee, nicht. Nicht jetzt nachladen. Jetzt brauche ich doch kurz mal ein bisschen von den Dingen. Das war's. Okay, das war's glaube ich erst mal. Okay, jetzt irgendwelche Munitionen wieder. Oder ist er ... Da drin ... Ich glaube, der lebt noch. Mindestens einer lebt, glaube ich noch. Oh Gott ... Muss ja passieren. Genau. BG. Verminion. Ja.